So, moin, jetzt kommt es jetzt in Let's Play Kingdom Hearts HD 2 Remakes, Kingdom Hearts 2 Final Mix. Im letzten Mal, da haben wir die Puzzle alle abgeschlossen, wir haben die Bilder zusammengesetzt. Danach waren wir kurz in jeder Welt, haben kurz jedes Limit uns angeschaut, damit wir den Eintrag auch bekommen fürs Tagebuch. Und ich habe mich auch screened auf Level 99 trainiert. Wir haben als letzte Ability bekommen, warte, ich muss ganz runter einmal. Ähm, Schadenskontroller, erledet einen Schaden in kritischen Momenten. Lege mehrere andere, um Effekte zu verstecken. Normalerweise, glaube ich, kriegt man das nur einmal, ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall haben wir alle Abilities, die wir lernen können. Wie ihr seht, ja, ich habe immer noch 13 AP übrig, obwohl ich so gut wie alles drin habe, bis auf die Autosachen. Aber die werde ich auch nicht reintun, erstmal nicht. Und drei, und komm, um Minus habe ich nicht drin. Ähm, ich habe als Schlussschwert gerade wieder die Wunderklinge ausgerüstet, weil wir gleich am Anfang was machen müssen, wir gehen Punkte sammeln. Ähm, und ja. Accessoires haben mich nichts geändert, ich habe nichts geschmiedet, wir müssen eh mal schauen. Warte mal, genau, wo wir jetzt gerade dabei sind. Wir haben eine über, ne, hier, warte mal, warte, 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 wo ist die jetzt? Äh, ich suche was, genau, Universal-Schleife, wollte ich einmal ausrüsten. Und wir haben noch eine andere Schleife, können wir mal kurz schauen. Ob wir noch einen Vierer haben, haben wir sogar in der Tat, da rüsten wir eben eine kleine Schleife aus. Äh, nur trägt nur Dreier. Haben wir noch irgendwas Viermäßiges? Nein, haben wir nicht, okay. Gut, dann würde ich sagen, wir legen los. Und ja, das ist nur der Hadeskapter. Ist das so, dass ich jede 10 Runden, ähm, ja ihr seht, ich habe es auch mal getestet, ob es klappt, was ich vorhabe. Es funktioniert. Ähm, und darin ändert sich jede 10 Runden die Regeln. Ähm, da werde ich gleich was machen. Und das werdet ihr aber sehen. Das werde ich euch dann erklären, wenn es soweit ist. Ich denke mal, zwei Parts werden wir dafür brauchen. Die Regeln ändert sich jede, jedes Ding. Ähm, das sollte ich gar nicht einmal rufen. Warte, besser was. Ich hoffe eigentlich darauf, dass sie mich runterschlagen, aber irgendwie hauen mich nicht. Die hauen gerade die ganzen anderen hier. Hallo, ich bin euer Z. Hallo. Ja, danke, endlich. Ich muss auf Trotzkopf runter. Ja, Goofy, es ist schön, dass du sie schlägst, aber es ist dein Ernst gerade hier, was du gerade machst. Ja, muss ich euch weg. Muss ich kurz, kurz warten. Ja, gut. Ihr müsst uns bis auf kritisch runterschlagen lassen. Genau. Weiter, weiter, weiter. Haut mich noch einmal. Haut mich los. Na, komm, schlag mich noch einmal. Hier, ich bin euer Ziel. Danke. Jetzt. Jetzt müsst ihr was machen. Genau. Und dann müssen wir angreifen. So, das ganze Zeitermachen. Ich glaube, er ist aber jetzt wieder weg, ne? Achso, nee. Nee, alles cool. Ihr seht doch schon, dass wir dadurch ziemlich viele Punkte bekommen. Aber egal. Das machen wir schon. Das hat mir Roxas erklärt, wie das am besten funktioniert. Wir müssen 15.000 Punkte holen, aber so, ich sehe schon, das geht echt fegst. Das stimmt, ihr habt recht. Das geht echt krass schnell. Sehr gut. Und wir müssen halt darauf passen, dass unsere Freundesleiste oben bleibt. Und wenn wir wirklich runtergeschlagen werden, werde ich mich wieder schlagen lassen. Hier in den 10 Runden kommt ein Bosskampf gegen jemanden. Spätestens dann werde ich ihn heilen müssen. Mal gucken. Wir haben Schadenschläge schon fast, fast zur Hölle. Wir haben 2400 Punkte, ey. Krass, ey. Das geht echt ganz schnell, ey. Hammer. Mein Respekt. Danke für diesen Tipp, ey. Echt so ne Kack. So. Wie gesagt, zwei Parts, denke ich mal, wenn wir brauchen. Die werden wir jetzt nicht mehr cutten. Ich glaube, das darf jetzt ein bisschen an. Aber ich glaube nicht. Wir sind stark genug. Also vom Level her auf jeden Fall. Und auch von den Werten her. Auf jeden Fall. So. Ich weiß gar nicht. Damals in Hades Cup, ähm, hier Kingdom Hearts 1. Haben wir doch, ähm, hier. Das ist doch der Boss, ne? Hat sie da schon Zitronen oder was? Aufpassen. So, komm her, Digga. Ah, die kennen wir doch den Boss, ne? Kann das sein? Ist das nicht der Boss aus Akrabah? Aufpassen. Das Gute ist, ähm, das Gute ist, ähm, dass unser Freund hier auch noch da bleibt, wenn wir angreifen. Denn wir müssen ja im Prinzip immer nur angreifen. Okay, jetzt hab ich irgendwie gerade nicht aufgehört anzugreifen. Egal. Weiter geht's. Immer schön angreifen. Zack. Ihr könnt mal gehen, bitte. Könnt jetzt noch sterben. Danke. Ist das ein Bosskampf oder was ist das jetzt hier? Egal, auch wenn. Wir haben noch genügend Zeit. Also, Tagebucheinträge ist jetzt so, ähm, dass wir nur noch die Pilze machen müssen und die Darting-Kämpfe, sonst haben wir alles erledigt. Aufpassen. Wow, wir haben uns wieder... Okay, erst weg. Und tschüss. Sehr gut. Dam, da, 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 da. Ich denke, was wir dann gut machen, so 25 Minuten pro Part wieder. Je nachdem. Okay. Kämpfe dunkel, das sei siegreich. Das kriegen wir hin. Sehr schön. Ich werde mich natürlich gleich bei ihr bedanken. Aber erst mal, muss ich jetzt dieses Turnier schaffen. Okay. So, ich weiß auch nicht ganz genau, wie... Wo ist er, der Gegner? Hallo, wo ist er da hinten? Okay. Ich wollte gerade sagen, tschüss, Mann. Wenn wir die 15.000 Punkte haben, werde ich auch aufhören, so zu kämpfen. Und ich kann's im Prinzip was so lassen. Das ist ja scheißegal, ob wir's jetzt so machen oder nicht. Aber ihr seht's ja selbst, wie viele Punkte wir dadurch bekommen, ey. Hammerkrasse, ey. Also, Leute, wenn ihr es wissen wollt, wie es am schnellsten geht, doppelte Punkte. So, jetzt kriegen wir echt krass... Alter, wie schnell die Punkte wir bekommen, ey. So, zack. Noch weiter geht's. Immer... Oh, what the fuck? Guck mal meine Punkte an, ey. Alter, krasse Scheiße, ey. 10.000 haben wir. Wir haben schon fast alles zusammen. Okay. Das würde mich wohl, wenn wir das jetzt nicht schaffen. Außer wir verlieren echt durch. Wir haben ja fast 15.000. Krass. Alles cool. Ja, 15.000. Locker. Locker. Wir haben sie. Okay. Den Eintrag für das Zeigenbuch haben wir auch schon. Schockt. Sehr gut. Da, 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 da. Im Prinzip kann ich hier zurückrufen. Aber scheißegal. Da, 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 da. Schau wie auch alleine. So, zack. Okay. Welche Runde sind wir jetzt gerade? Dam, da, 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 da. Blitzka! Und weiter geht's. Blitzka! Blitzka! Achso, die Dinger sind gegen Zauber Immun. Ich hab's gar nicht gemerkt Ich hab's gemerkt Das war fail Okay, wo ist der letzte? Da hinten Und tschüss Also weiter geht's Achso, meine Eden-Campfer-Eden-Mager hier So, 20.000, ey Wenn wir das jetzt nicht schaffen, würde ich mich sehr stark wundern, ey So, und tschüss Weiter geht's, nächste Runde Hallo Ich mach mal ein bisschen Blitz-Generation hier Ich hab keinen Bock auf dich Und tschüss, man Da 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 Ich seh's ja grad bei Facebook, dass ich schreib Ähm, sie sagt mir, dass ich in der letzten Runde 19.000 Punkte hatte Ähm, wenn ich jetzt sage, dass wir in der siebten Runde schon über 20.000 Punkte haben Naja So Ist halt so, ne Sobald der auch aufhört zu machen Werde ich's auch nicht nochmal machen Da, 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 da Ich weiß, ich glaube, sie hat durch Downy kämpft ein bisschen länger gerade So, hallo Tifa, hallo Juffi So, na, was geht, Digga? Lass du die Fresse oder was? Nö, will ich nicht, komm mal dran So, erstmal Juffi besiegen hier Und das war's, und tschüss Und jetzt kommst du dran Das Gute ist Obwohl, ich glaube, jetzt ist es gerade Aber sie kann nichts machen, ey Sieht von dieser Strategie aus Werde ich auch gegen den Rüstungstypen kämpfen Nachher Also ich werde auch Stitch rufen Ja, kann sie jetzt mal nicht besiegt werden, danke Meine Fresse, 10 Runden haben wir hinter uns So, was geht Okay, es hat aufgehört, kämpfe nicht Ich bin die Regeln, die es taten kann, weil sind wir alleine Ah, ne, wir sind Punkte, ey, okay, alles klar Das sind die Punktkämpfe, okay, alles klar Aufpassen jetzt, ey Dass wir hier nicht anfangen zu failen So, zack, tschüss Okay Oh, tschüss, man Da, 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 da Ich sag dir bereits, ich rufe dich nicht wieder Wir haben die Punkte zusammen Okay, aufpassen Jetzt muss ich mich sogar einmal heilen Boah, die Dinger, die explodieren gleich Aufpassen, dass sie mich nicht erwischen, ey Okay, dass es Titan Cup war, dass wir den Punkten, ne Genau Ach ja, ich hab, ach stimmt, ich hab, ach ja, genau Ich hab mein Dings drin jetzt Ich habe ja hier Auflade-Perserker drin jetzt Stimmt, das hab ich auch eingetan Ich wollt grad sagen, wieso kennen wir die jetzt nicht Ich wollt dir grad sagen, ey Ich war ein bisschen irritiert So Da, 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 da Da, 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 da Da, 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 wir machen euch fertig Mein Gott, die sind immer noch hammerkrass stark, ey Aber gut, das ist auch Level 90 inzwischen, ne Die sind ja nicht schwach, ne So, und tschüss Nächste Runde Und tschüss, Mann Jetzt würde ich gerne das Schlüsselschwert wechseln Aber gut, das ist halt nicht möglich, ne Da, 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 da Ich würde gern bis 25 auf jeden Fall kommen In diesem Part Das würde mir auf jeden Fall passen So Der ist es weg Ich werde auch versuchen Es so schnell wie möglich zu lösen, ja So, zack, schiff, doppelte Punkte Wir haben ja eh schon die Punkte, für das zusammen Selbst wenn ich da kacken sollte Es ist egal, wir haben's So, Digga, du wieder Jetzt können wir mal Eins, zwei, eins, zwei Und zack Und weiter geht's Ich hab gar keinen Bock gegen dich hier so lange zu kämpfen Zwei und Okay, weiter Mein Gott, hau mal mit Ja, ich wollte grad einmal machen Aber irgendwie hatte ich nicht die Chance, das zu treffen gerade Oh, scheiß Das Gute ist, der kann nicht zerplatzen Anscheinend Dadurch Ey Chill ab hier Ich treff grad nicht, das ist natürlich auch toll Okay, weiter Weiter mal angreifen Eins, zwei Und Zack Oh, tschüss Ja, ich hab den Viergang gegriffen Nachdem ich einmal angegriffen habe Damit das nicht so lange rausgezögert wird So, weiter Ja, wir haben zum Glück Trotzkopf Kann ich ein bisschen mutiger jetzt kämpfen Eigentlich Obwohl ich einmal noch aufpassen sollte Zum Beispiel jetzt So Alter, ist okay Okay, ich meine So, tschüss, erst weg Wir haben 413 Punkte Das sollten wir schaffen Noch fünf Runden, ne Dann haben wir ja das andere Turnier Okay Und das war's für dich Oh, tschüss Ja, das ist im Prinzip Das Problem ist Bei dem Cup hier halt Eben ist es so lang So Rang Runde 17 Ja, es läuft Das schaffen wir Darauf leider besagt Es ist ein bisschen nervig Auch nach der Zeit Ich geb's zu Aber So machen wir unendlich Kombo halt, ne So So, komm her Und tschüss Ja, du Komm her, Schattenschalk So, zack Ach, die Gegner aus hier Aus dem Gammelland Ja Na, ich komm gar nicht drauf Ah, wie hieß das? Gewalt Land, genau So Und tschüss Sehr schön Runde 18 Da, 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 da Wer ist eigentlich der Gegner hier als nächstes? Ich weiß es jetzt gerade echt nicht, ma Da, 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 da So Und zack Das ist dumm, dass du reingeflogen bist Vollidiot Du Horst, ey Ach Gott, ihr gammeligen Typen, ey Und zack Aufpassen, dass wir Ach, der erinnert mich ein bisschen an den Boss hier aus Hier, Agrabah Der hier Den wir besiegt haben auch Sogar Wie hieß der noch? Ja Kurzisa, genau Mir fiel gerade der Name nicht ein Kurzisa, meine ich Okay, jetzt mach ich ja Blitzkartag Ich hab keine Bock auf dich So Komm her Können wir eigentlich unsere Form benutzen? Nein, können wir nicht Okay Das war meine Frage Ich konnte gerade nicht sehen Wenn wir die Möglichkeit haben Die Form zu benutzen Werde ich es natürlich auch machen Ist klar Ja, komm her Komm, du Gammelige Pflanze Ich mach die auch noch kaputt hier Und Tschüss, Mann 25.000 Punkte Hammerkrank, ey Hammerkrank Da, 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 da Ach, hallo, niemanden Ihr seid auch mal wieder da Ist das schön, dass ihr da seid Aufpassen Vor allem einmal heilen Aufpassen, das ist bloß wichtig Dass wir jetzt hier nicht irgendwelche Fehler machen Ja, die sind stark immer noch Oh, aufpassen So, ich hab den irgendwie Im Angriff reingereicht, sehr komisch So, komm her Du bist auch weg 329, letzte Runde, ne Ich glaub, danach kommt der Boss weit jetzt Wer jetzt auch immer kommt Ich hab keinen Plan, Runde 20 sind wir Carlo, hi, was geht Na, was willst du, hä, willst du auf die Fresse haben Na, weiter geht's, komm, weiter Ja, ist mir egal, du bist nicht invincible Das werde ich dir zeigen, ja, wie invincible Invincible Ich nehm, wir haben, ey, so übel, ey Ja, ist mir egal, aber wenn du blockst Ich krieg trotzdem irgendwann mal einen Angriff durch, seht ihr Da, seht ihr, klappt noch Ja, ich, also ich fand, bevor wir dieses Turnier starten Dass ich mich auf Maximallevel trainiere Weil das hätte keinen Sinn gehabt, wenn ich das nicht getan Dann wär's zu schwach, glaub ich, auch gewesen Aber gut, vielleicht nicht zu schwach, aber Ja, du bist irgendwie langweilig Komm, mach irgendwas Mach was ordentliches So Wir haben dir ein bisschen Luft hier Ich wollte gerade angreifen, du Arsch Aber schön, dass du mich das nicht machen lässt Heilt sich, ne Ey, du Arsch, auf damit Heilt sich, ey Du Pisskopf, ey Auf damit So, mein Gott, hör auf damit Zack Und zack, weiter geht's Ach Gott, hör auf Nice Oh Okay, jetzt hab ich dich, ey Und Tschüss Sehr gut Was kommt jetzt für ein Cup Da, 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 da Da, 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 da Okay Kämpfe mit der Regel des Peck und Schäbel Cups Das ist der Cup, glaub ich Ich weiß jetzt gerade nicht Welcher das ist gerade Ist auch egal Anscheinend Weil irgendwie Habe ich keine Beschränkung da durch Ja, ist aber gut, dass wir da dabei haben Das ist gut Da können wir ein bisschen schneller kämpfen So, zack Mal gucken, wie weit wir kommen 25 Minuten werde ich ein paar machen Und wenn wir das schaffen, dann schaffen wir es, ne So, Runde 25 Aufpassen Achso, meine Drive-Fly ist weg Ich seh's gerade Meine Drive ist weg Das heißt, wir können uns nicht wieder verwandeln Das ist wahrscheinlich dann erst später Alter, chill Jetzt komm ich da nicht ran, ey Schön Ne, ich helfe dir nicht Goofy Das lässt du alleine machen müssen So, zack So, tschüss Wie alle tot sind, wie der Da, da, da Ich denke mal Also ich denke mal Einen übernächsten Part Wenn wir den Pilzen anfangen Gott, was So, habe ich jetzt Kein erwischt habe hier gerade So, zack So, gerade sagen What the hell, ey Wieso treffe ich denn, ey Aufpassen Ich habe jetzt keinen Bock Hier zu sterben Das wäre richtig krass Unnötig Da, wo ist der letzte Da ist noch mehr Okay, nicht nur der letzte Okay So, und das war's auch für diese Runde So, doppelte Punkte Yay, super Das hat super Sinn gerade So, was kommt Ach, die Wunderdinger Okay Ja, da brauchen wir gar nicht kämpfen Das hat gar keinen Sinn Da wollen wir nur hinlaufen Trostpreis Zack Komm her Trostpreis So, komm her Und Preis gewinnen So, und das war die Runde schon Das war die Runde schon Da, 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 da Runde 24 Das geht viel, viel schneller Als bei Kingdom Hearts 1 damals, ey Uh, genau Cloud und tiefer Haben wir auch Irgendwann Die Cloud hier schon mal Gekämpft in dem Spiel Ich glaube nicht, ne Alter Ey Aufpassen Aufpassen, dass wir jetzt hier nicht Übermütig werden Ich muss jetzt leider besiegen Tiefer, tut mir leid Ist ja schön, dass du mich nervst Ich muss kurz mal weggehen So, das war mein Plan Dass ich mich zumindest Einmal heile nochmal So, weiter geht's Ja, wow Sie hat mich irgendwie erwischt Was ziemlich merkwürdig aussah So, jetzt hab ich dich in der Combo Und zack Und Tschüss Das war's Sie ist weg Sie ist noch noch Cloud Aber das sollte kein Problem sein Denk ich mal Und zack Weiter geht's Nächster Angriff Ja, ist mir egal Kannst du mich blocken Ich kraftatze die an Unge Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-dam Aufpassen Noch kann ich Okay Jetzt zeige ich mich Trotz Einmal Okay, weiter geht's Jetzt will ich hier noch endlich Combo wieder drin Und Dam 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 Und tschüss. So. Immer schön mit 4 Ecken angreifen. Wenn wir in der Auflade-Berserker sind, dann brechen wir das ab. Und ja. Versiegen den halt, ne? So, weiter geht's. Runde 26. Ja, ich bin immer noch ein Berserker drin. Ich merke es gerade. Ich habe es gerade gemerkt. So, komm her. Na, komm her. Oh, du Gammelding. Oh, tschüss. So, tschüss. Komm her, du Gammeldinger Hammer. Wow, das ist eine Runde 26, ne? Schauen wir tatsächlich in zwei Parts. Habe ich nicht erwartet. Ich hätte echt gedacht, dass wir länger brauchen. Aber wir sind auch stark genug für diese Runden. Kämpfe hier. Runde 27. No, thank you. So. Oh Gott, wie das Gemetzel her, Bindi. Also, die 15.000 Punkte sollte man selbst schaffen, wenn man sich nicht drauf konzentriert, glaube ich. Also, ich denke mal schon. Ich sollte, ich dachte, ich würde das nicht sehen, wenn ich ein Problem gegeben hätte. Mein Gott, jetzt hör auf zu nerven. So, und tschüss. So, und tschüss. Und tschüss. Das Gute ist, wenn man Trotz kommt. Deswegen können wir wirklich ein bisschen mutiger sein, als wie damals noch. Nur mit Dickschädel. So, und die Bücher sind wichtig, dass wir die erstmal besiegen jetzt hier. Ja, dankeschön. Das ist nett gemeint. Aber ich hätte es in der Tat sogar, vielleicht sogar überlebt. So, zack. Also, Respekt an die Leute. Dieses, die Season Cup auf Level 1 durchspielen im Level 1 Run. Mein größten Respekt dafür. So. So. Ein Gemeindespieler will ein bisschen durchspielen, ist bestimmt hart. Ey, glaube ich schon. Denn wir haben wirklich Situationen gehabt, wo wir uns wirklich auf Dickschädel und das Ganze verlassen haben. So, aufpassen, dass der gammelige Maga hier nicht weiter mich nervt, je. So, und tschüss. Das kommt ja jetzt schon wieder. Hallo. So, aufpassen. So, und zack. Erleben noch, okay. Aber er nicht mehr, okay. Er auch nicht mehr. Und er auch nicht mehr. Wo ist der noch Gegner? Ey, hallo. Oh, da. Ich kann sagen, wo ist der Gegner? Nee, hat es noch. So, zack. Dam, da, dam, dam. Da, dam, dam, da. Ich denke mal, haben wir... Ah, komm, das Problem ist... Ich weiß nicht. Sollen wir das sonst noch gegen einen ganzen Part machen? Das wäre auch eine Überlegung, ne? Also, wir haben jetzt für die ersten 30 Runden fast 20 Minuten gebraucht. Weil es noch 20 Runden jetzt gleich noch kommen. Wir kämpfen gegen noch ein paar Bosse, ich weiß. Aber ich denke mal, selbst die sollten wir schaffen können. So würde ich jetzt den Kampf nicht in die unnötige Part-Aufteilung packen. Mal gucken. Mal schauen. Rann ist high. Ne, feel the heat. Ja, hast du immer noch Rache. Von vorhin habe ich. Vom letzten Mal, ja. So. Na, wo bist du? Na, ist der. Hinter mir ist der, ne? Ah, hier. Da hat er vorher probiert. Das ist schön, ne? Ah, wie feige er ist, ey. Oh Gott, ey. Wie erst mal... ... den Angriff voll in die Fresse bekommen hat, ey. So, zack. Okay, jetzt verpisst er sich wieder. Kurz warten. Wo ist er hin? Da ist er wieder. Okay, weiter geht's. Da, 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 da. Also ich weiß, dass Rockstar zu mir sagt, dass sie ca. 40 Minuten braucht auf Maximallevel. Und ich bin auch Maximallevel. Und sie ist ein bisschen stärker als ich gewesen. Aber... Vor allen Dingen, sie hat Ultima gehabt. Das habe ich ja noch nicht. Alter, ist okay. Das ist dein Gumbi, guck mal wieder auf die Fresse, ey. Sein Ernst, oder was hier? Oh, tschüss. Oh, das... Aufpassen. Da wird es nicht übermütig werden, ehrlich nicht. Mein Gott, jetzt komm doch mal her, hier. Du Arsch, Mann. So, jetzt habe ich keinen Bock mehr. So, tschüss. Oh, was ist happening? Da, 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 da. Mal gucken, was jetzt kommt. Ich glaube, ich kämpfe alleine wieder. Zerber ausgab, ich glaube. Zweif, ja. Machen wir es so, jetzt direkt. Da habe ich ganz weit drauf gewartet. Ich kämpfe eh alleine. Ich werde ein bisschen bashen, hier. Blitzkab-Bashing, hier. So. So, ich bin ein schlechter Überform-Kämpfer. Aber gut, das war es schon. Ach, die Zeit. Zehn Minuten haben wir Zeit für dieses Kack-Jägen. Okay. Das ist mit Zeit. Okay, alles klar. Ja, für zehn Runden, das sollten wir schaffen. Weil ich glaube, jetzt kommen die ganze Zeit nur niemanden, ne? Aufpassen. Das wäre jetzt nicht irgendwas hier... Ich würde auch gerne wieder treffen. Das wäre viel besser. Mein Gott, endlich, ey. Ich habe ihn ja getroffen. So, kommt her. So, tschüss. Wir müssen echt aufpassen, ey. So. Ich glaube, das machen wir echt in einem Part, ne? Komm, das ist blöd, jetzt extra Cut zu setzen dafür. Wow, ich habe geblitzt einmal. Aber ich habe kein MP-Map. Super. Aber ich glaube, wir kriegen so immer Zeit dazu, ne? Kann das sein. So, doppelte Punkte. Scheiß drauf, brauchen wir jetzt eh nicht gerade. So, komm her. Und tschüss, Mann. Das Memory und die Wunderklinge tragen wir gerade, ey. Hammer, ey. Da, 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 da. Dann machen wir im nächsten Part die Pilze. Ja, machen wir. Aufpassen. Aufpassen. Jetzt hier nicht irgendwas falsch machen. Oh, tschüss. Okay, bis Runde 40. Das sieht nicht so schlecht aus. Okay, hier. Das könnte eventuell interessant werden, weil meine Form aufhört. Aufpassen. Ach, ja, gemein. Drive-Flights, wie schnell die Folge geht, ey. So, nochmal, bitte. Oh, Blitzka, Blitzka. Immer schön Blitze raufbäschen. Oh, noch einmal. So, weiter geht's. Müsste eigentlich auch gleich zu Ende sein. Oh, weiter geht's. Yay. Ey, wie die sterben, ey. Wie die Fliegen, ey. Ah, ich bin der Auflade-Beserker. Ich wollte gerade sagen, was geht eigentlich gerade ab hier. Alter, ich wollte gerade sagen, ey. So, meine Form ist Ende. Aber egal, wir können wieder reingehen. Nochmal über Form. Oh, nochmal. Oh, Blitzka. So, das ist jetzt der zu Ende, ey. Alter, wie viel Gegner hier Geld ab, ey. So, komm her. So, du bist nicht der Letzte. Es lebt noch was. Oh, jetzt aber. Tschüss. Alter, wie viele Kämpfe da. Wie viele Leute es waren hier, ey. Ich glaube, meine MP sind gerade leer, ne? Na Gott, dann muss ich so kämpfen, ey. Ich mag die Dinger nicht. Ich gebe zu, die sind scheiße. Die sind nervig vor allen Dingen. Weil die so viel Leben haben. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Ich werde ein Item benutzen, weil ich Donnerblitzka machen will wieder. Das ist sonst zu nervig mit euch. So. Ba, 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 ba. Wir haben echt, manche Runden gehen echt schnell zu Ende. Aber wir haben auch manche Runden wirklich länger brauchen. Was kommt jetzt? Runde 37. Immer schön drauf da wieder. Immer drauf da. Alter, ist okay. Wir haben zur Stadt. Ihr seid scheiße. So, der erste ist down. So, weiter geht es. Die anderen explodieren gerade. Von mir aus war das. Und das war es auch für dich. Ach, da leben noch mehr. Okay, hi. Hallo, wollt ihr sterben? Ja, schaut mir die 30.000 Punkte aus, meint ihr. Ja, ne, oder? Ich glaube schon. Und tschüss. Da lebt aber noch was. Okay, jetzt nicht mehr. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Mal gucken, was die letzten 10 Runden gleich drankommt. Und vor allem, was für ein Boss gleich kommt. Ich weiß es nicht. Aber wir treiben bestimmt auch noch Hercules. Pass auf, ey. Wir treiben bestimmt gleich noch Hercules. Kann mir gut vorstellen. Na, wer ist das? Ach so, hi. Ganz normale Handyman, okay. Aufpassen. Zack. So, zack. Mal schön Blitzker machen. Ich weiß, dass es jetzt im Prinzip schneller gehen würde, wenn ich jetzt wieder so mache. Deswegen machen wir es auch wieder so. So, wiii. Ey. Mein Gott, auf zu nerven, ey. Jetzt können wir sterben, ey. Ich treffe keinen Gegner. Ist auch toll. Na, komm her. Okay, komm her. Ah, das ist so nerven. Auf Lade, Berserk. Das ist in dem Fall wieder echt cool. So. Und tschüss. Meine MP sind gleich wieder da. Wir können wieder ein bisschen Blitzker-Bashing machen, ey. Okay, das ist er. Ich kommst in den Würfel reinballern. Ach so, ja. Ich kann ich eh nicht mit Magie angreifen. So, komm her. So, und. Na, kommst du mal her. Ja, ich hab gesagt, ich will keine MP benutzen für meine Heilung gerade. So, tschüss. Das war's. Hier haben wir das auch. Jetzt kommt Runde 59, ne? Hi. 39. So, die haben wir gegrillt. Es liegt nur noch der eine hier. Und das war's schon. Das ging wieder verdammt schnell. So. Mal gucken, was die 40. Runde für mich bietet. Mal gucken. Da, 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 dam, dam. Da, da, dam, dam. Mal schauen. Cloud und Squall. Oder Leon halt. Aufpassen. Wir kommen sonst aus der Kombo raus hier. Oder in der Mega-Kombo hier. Immer da drauf bashing. Meine Form hört wie im Moment auch auf. Ich treff grad nicht. Das ist auch schön. So, komm. Wow. So, wieder verwandeln. Wird es erst richtig ärgerlich jetzt, wenn wir uns in das falsche Form verwandeln hier. Wow. Zurückgeballert. Und ihm dann in die Überform, in die, na, ihr sagst schon, in die Limit-Form reinkommen. Äh, nicht Limit-Form. Was labere ich denn da? Ähm, hier. Na, komm schon. Sag schon, wie hieß jetzt. Ähm, Anti-Form, genau. Kurz aufpassen. Heilen. Ja, wenn es nicht geht, muss ich mich heilen. Das ist halt so. Das geht dann halt nicht anders, ist für den Fall. Na, komm her. Weiter geht's. Immer drüfter, immer drüfter. So, der erste ist gleich weg. Das Problem ist, ich sollte gehen. Einmal kurz weggehen. So, weiter geht's. Meine MP müssen jeden Moment auch wieder da sein, deswegen können wir ihn jetzt endlich killen, nenn ich. So, er ist endlich weg. So. So, und das war's auch für dich jetzt. Und. Tschüss, Mann. Ach, er lebt noch. Okay. Komm, jetzt auch das. Jetzt aber nicht mehr. So, 30 Minuten haben wir jetzt gebraucht für den ersten Teil. Für das erste 40 MW. So, was kommt jetzt für ein Cup? Ich bin wieder alleine. Okay, ich hab noch nicht gemerkt, was ich, was, was Problem ist gerade hier. Okay. Fuck, jetzt bin ich, oh, jetzt bin ich in der Limitform. Das wollte ich gar nicht, ey. So, machen wir es halt. Mein Gott, ihr seid scheiße. Lasst mich doch mal in Ruhe, ey. Hallo. Oh Gott, ey. Ich geb zu, das war knapp. So, ich möcht jetzt endlich mal, alter. Alter, sie ist scheiße gerade hier, ey. Oh Gott, damn it, ey. Geht bloß kaputt, ey. Alter, was seid ihr für kack Dinger, ey. So, er ist kaputt. Endlich, ey. Okay. Ich muss meine Form wieder benutzen. So, und tschüss, der nächste weg. Und tschüss. Alter, was ist die Kacke, ey. Alter, okay, das war schwer gerade. Er ist ja echt knapp auch, vor allen Dingen. So, ach ja, ja, hallo. So, ja, im Moment sollten wir. So, machen wir es halt so. Bisschen Limit-Klatsch hier. Nochmal. So, tschüss. Bisschen aufpassen, ey. Das wäre echt fail, wenn wir jetzt hier verlieren noch, ey. Das wäre richtig krass fail. Ich verwarte mich jetzt zurück. Und baller ein bisschen Blitzker drauf. Blitzker. Okay. Können wir nicht mehr. Keine MP mehr. Ja, klar. Wir haben keine MP mehr, weil ich in der Luft bin. Welche Form haben wir denn jetzt gerade für Übung? Ach so, mein Limit-Form wieder, okay. So, Limit-Klatsche wieder. Okay. Einmal nochmal. Limit-Klatsche. Okay, noch einmal. Hallo, gehen wir in die Richtung. Sora, dein Ernst oder was? So, tschüss. So, und tschüss. Müssen aufpassen, ey. Ohne Scheiß. Oh Gott. Dein Ernst. Ich soll da mal gehen. Ich bin in einer sehr beschissenen Situation, muss ich zugeben. Ich muss kurz weggehen, einmal. Ich muss irgendwas endlich killen hier, weil Ah, geh weg. Wow. So, endlich, ey. Jetzt kann ich endlich mal viel angreifen, ey. So, der Erste ist weg. So, mein Gott, ey. Ja, es ist irgendwie unumal zu schwer geworden gerade. Okay, wieder heilen. Ja, ich musste mich heilen, weil sonst wäre es ärgerlich geworden jetzt hier. Und tschüss. Das war er auch hier. Und jetzt kommt noch du dran. What the fuck, ey. Wie schwer das mit einmal wurde, ey. So, tschüss. Alter, was geht, ey. Alter, die sind stark. What the hell, ey. Ja, hi. 8000 Heads los, oder was? Okay, das ist ein tatsächlich Kampf von den 1000 Heads. Muss mir das sein. Warten auf ihn. So. Wie. 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 Und weiter geht's. Und schnappen. Wow. Okay. Das Problem ist tatsächlich, dass ich gerade nicht geheilt bin gerade. Ich will ja mal heilen. So, zack. Sicherheitshalber. So, wieder volle Drive-Leiste. Aber letzte 5 Runden kommen jetzt gleich. So, zack. Und zack. Das ist wirklich 1000 Stück wieder, oder was? Alter, wie viel das wäre, ey. Okay, wir kriegen auf jeden Fall die 30.000 Bugli zusammen. Würde mich wundern, wenn nicht. So. Okay. Komm, 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 komm. Das schaffen wir. Nein, was denn? Wir sollen überleben, oder was? Ich glaube, wir sollten überleben, okay. Okay, 1000 Herzlosen Killen in so kurzer Zeit ist auch unglaublich schwer. Ich sag mir, dass es nicht unmöglich ist. Das ist bestimmt nicht unmöglich. Das Problem ist, ich lasse mich gerade unnötig treffen gerade. So. Komm her, ja. Ich werde dich hier zerlegen. Du bist nämlich wirklich nerviger als die Autos zur Zeit, glaube ich. Okay, weg hier. So. Wut, der hell, das war knapp wieder. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Also durch, okay. Okay, aufpassen. Aufpassen. Und es ist weg. So. Aufpassen. Aufpassen. Weg hier, aber kurz, kurz. Ich habe keinen, einen High-Potor noch, ey. Scheiße. Okay, dann muss ich wieder auf Items, auf unser hier bewährtes System mit den, äh, mit den Wikra setzen gleich. Aber wir haben jetzt 30.000 Punkte. Das Doppelte von dem Erwarteten. Okay, ich werde das auch in einem Part packen. Das ist hier so Wundertop. Dingsbums, ey. Komm her, ihr. Trostpreis. Zack, geschafft. Ach, komm, ist das der Ernst oder was? Ich muss den ganz schnell zerlegen, ja, weil das ist ein Arschloch hier. Zack, so, tschüss. Ah, ihr seid nicht so nervig. Ihr seid auch scheiße, aber ihr seid nicht nervig, wie der Typ von grad eben. So. Man treffe jetzt eigentlich grad wieder nicht. Ah, er steht nicht. Okay, und tschüss. Ach, Centauri, hi. Ja, es ist klasse, wenn du mich da reinschlägst, aber es ist nervig. Ich hoffe damit. Erstmal euch jetzt hier, und dann kommst du dran da. Und, ouch, das tat weh. Hinfliegen. Jetzt haut dich in der Luft rum, ey. Und zack. Und dann lebt es nur noch einer hier. Okay, komm her. Okay, wir sollten eventuell heilen. Okay, ich dachte, er greift mich an. Da hab ich eher mit gerechnet gerade. Aber irgendwie hab ich ihn nicht in der Kombo grad drin. Na, komm her hier. So, zack. So, es geht noch weiter, oder was? So, komm schon. Neue Hands gerade, oder was? Ach Gott, die Vita-Dinger, ne? Na, mach's anders. Mach's ein bisschen schneller so. So, ganz schnell zerlegen. Darauf zu nerven. So. So, und zack. Okay, er lebt immer noch. Na, komm her. Und zack. Der ist auch weg. So, wo lebt der letzte denn noch? Okay. Okay. Nochmal. Okay. Na, ich soll das aufzunerven, Mann. Du Arschloch. Und jetzt ist das wieder Ding kaputt. Und da warst du auch kaputt. So, Runde 49. Vorletzte Runde. Ich bin echt gespannt, was wir Bossen haben. Ich denke, Herkules. Ach Gott. Serbos. Hi. Alter. Gut, dann machen wir's anders. Aufpassen. Ich sollte einmal gehen. Oh Gott. Wie gerne würde ich jetzt Blitzkart zaubern, ey. Aber ich kann gerade nur angreifen. Wow. Wir sind stark. Ein bisschen aufpassen. Okay, jetzt haben wir zumindest unser Aufladen. Normal-Kombo wieder drin. Okay, weiter geht's. Ich bin genau vor den, ey. Ist auch ganz toll von mir. Okay, weiter geht's. Uh, was mach ich da? Okay, aufpassen. Aufpassen. Nicht übermütig werden. Ich hab Angst, ey. Bisschen Angst muss ich haben, hab ich ehrlich schon. Bisschen schon. Okay, aber irgendwie... Hab ich gerade... What the fuck? Was hat er jetzt getan? Ach, Situationskommando, okay. Okay. Ich wollte gerade sagen, was geht denn jetzt ab, ey? So, zack. Auf die Fresse mit denen. Okay, meine MP sind auch gleich wieder da. So, das ist gut. Dann können wir die zumindest ein bisschen bashen. Oh Gott, die stehen ja schon wieder. Eins, zwei, und zack. Okay, weiter, weiter, weiter. Oh Gott, hau doch nicht ab hier. Wie nervig du bist. Und ich würde jetzt gerne nicht töten, aber ich erwisch... Ich erwisch den nicht mehr. Ohne Scheiß, das geht. Gott, jetzt komm doch mal her, hier. Oh, du Gammelköter. Boah, jetzt hab ich mich getroffen. Ich glaub das nicht, ey. So, geht doch. Meine Fresse, ey. Oh, wie nervig, ey. Oh, Goddammit. Das ist echt nervig. Okay, 49. Was kommt jetzt? Ah, jo, genau alle vier. Leck mich. Okay, das ist vielleicht der Start für mich gerade. Ich gebe es zu, es ist schlecht. Okay, ich sollte mir was überlegen. Wen soll ich als erst besiegen? Erstmal dich jetzt hier. Wow. Ich würde gerne mal kurz weggehen. Autsch. Er hat gerade einen Fernangriff gehabt. Ich glaub, es hackt, ey. So, auch bloß aufpassen. Okay, wir müssen unsere Form benutzen, tatsächlich sogar. So, wir machen was anders. Ich würde gerne auf Boden wieder. Danke. Boden der Tatsache, die ich erstmal ein bisschen verbashen soll. Er ist da weg. So, kurz. Erstmal den nächsten fertig machen jetzt hier. Und zack. Und nochmal. Eins, zwei. Und er ist weg. Okay, jetzt lebt nur noch Cloud, glaub ich. Kurz drauf bashen. Okay, sieht gut aus. Die haben alle besiegt, ey. Ohne Scheiß. Und war durch die Limitform. Ich glaub's nicht, ey. So, tschüss. Das war gut. Das war gut. So, ging Heid. Hades. Ja, ich sollte mir das anders überlegen. So geht das auf jeden Fall nicht. So, hier hat alles. Okay, so wäre es auf jeden Fall nichts Aber cool, hast du doch toll gemacht, ey So, endlich, ey So, das ist jetzt echt der letzte Kampf hier Na, wo ist denn? Okay, hier fahr So, endlich, ey Meine Güte, ey So, endlich, jetzt können wir wieder angreifen So, zack Ich wusste aber, irgendwas hartes der letzte Kämpfer war Zu erwarten Okay, einmal heilen Okay, weiter geht's Ja, ich auch, merkst du auch gerade, oder? Merkst du auch gerade, dass ich auf Feuer bin, ne? Ja, merkst du, ne? So, hörst du jetzt auf die Fresse Bist du deinen Arsch Auf Er brennt jetzt wieder, okay Von mir aus Na, komm Da kriegst du wieder Wow, da hat er erstmal auf die Fresse bekommen So, zack, wie dich hart ist Und angreifen Wieder geht's ab hier Und zack Und zack, okay So, ich glaube, wir haben's gleich Wir haben's gleich geschafft Wir haben's gleich geschafft Geil, fahr das mit Auraschild an Will ich nicht Okay, einmal heilen 50 Runden gewonnen Sehr schön, sehr schön Sehr schön Da haben wir das, soll ich sagen, ne? Huh Das war teilweise jetzt Von der 41 bis jetzt gerade eben War's teilweise wirklich schwer Das gebe ich zu Aber wir haben's geschafft Sehr schön Ja, der Part ist ein bisschen länger da durch Somit ist diese Aufgabe auch erledigt Wir haben den Hardes Cup-Portal Bekommen Yay Und mehr kriegen wir nicht Außer eine Trophäe Toll Aber mehr kriegen wir nicht Leider nicht Ich glaube nicht Ich mein, das war an der Sie kriegen nichts mehr, ne? Ne, auf jeden Fall nicht Ach, komm, wie langweilig, ey Ach, wie rot Aber Wir haben alle Aufgaben erledigt Meiner Meinung nach Ja, haben wir So, Leute Ne mehr echte Part an dieser Stelle Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß Und es war wirklich knapp gerade eben noch Und im nächsten Part Denk ich mal Wenn wir mit den Pilzen anfangen Also, bis nächstes Mal Und Ciao